Hallo Leute, da sind wir wieder bei einem neuen Video zu meinem Leben, und zwar mein Kriegsherrenfight. Ihr seht schon, ja, hätte ich wohl lieber am Anfang wegmachen müssen. Ich bin in dem Fight Kriegsherr geworden. Und ja, der Grund, warum ich hier noch eine kleine Szene vor das Video schneide, ist, weil ich noch zwei Sachen sagen wollte. Zum einen, ich habe beim Kriegsherrenfight von meinem Leben die ersten drei Minuten leider gemutet, deswegen habe ich die weggeschnitten, weil das wäre sonst, glaube ich, etwas langweilig. Und auf Speed könnte ich es sowieso nicht so gut machen. Und ja, ich habe dann auch etwas weiter gemacht. Ihr seht 916 jetzt. Nach Kriegsherr war ich etwas aufgeregt, aber naja, das ist ja eigentlich das Wichtige. Und was ich auch noch ansprechen wollte, obwohl, ne, da gibt es noch eine Sache, die ich sagen wollte, und zwar, ich habe auf Feuer meinen Overload-Titel erreicht, habe diesen Kampf auch aufgenommen. Der war auch richtig lucky und extrem broken und war auch eigentlich ganz witzig, weil Charlie und Mark dabei waren. Aber ich habe einige Probleme beim Schneiden und Rendern des Videos, weil es irgendeine Stelle gibt, die irgendwie geleckt hat und die lässt sich nicht gut bearbeiten, nicht gut angucken. Ich versuche das Video nochmal einfach so hochzuladen, vielleicht klappt das. Aber aus irgendeinem Grund, normalerweise, kann ich sowas ohne Probleme rendern. Aber aus irgendeinem Grund könnte ich das jetzt irgendwie nicht machen. Und ja, wenn ich das nicht hinkriege, dann versuche ich einfach einen neuen Fight, vielleicht meinen 1100er-Fight aufzunehmen, wo auch Charlie und Mark dabei sind. Und mal gucken, ob der wieder so witzig wird. Und ja, dann, was ich noch ansprechen wollte, ihr habt ja gemerkt, in letzter Zeit habe ich andere Spiele auf meinem Kanal gespielt. Da waren Hearthstone und Rocket League. Wobei ich Rocket League jetzt eher seltener spielen würde und Hearthstone weitermachen würde, wenn ihr das okay findet. Also, wenn ihr es in Ordnung findet, dann würde ich Hearthstone und vielleicht noch Pokémon zu meinem Kanal hinzufügen. Wenn ihr etwas dagegen habt und das trotzdem... Ja, wohl, wenn ihr etwas dagegen habt, dann würde ich vielleicht einen anderen Kanal dafür machen, obwohl ich das jetzt für nicht so nötig halte. Und ja, deswegen, ich würde zusätzlich vielleicht noch Hearthstone und Pokémon ein paar Mal aufnehmen. Würde trotzdem hauptsächlich Wizard 1-1 machen. Ich hatte ja auch neulich eine 3-monatige Pause. Habt ihr neulich gemerkt, weil ich ein paar Videos in der Zwischenzeit hochgeladen habe. Und ja, bitte schreibt es in die Kommentare. Das ist mir extrem wichtig, weil... Also, Bewertungen finde ich auch toll, wenn ihr das bewertet, aber ich sehe nicht so viel, was ihr davon haltet. Also, das heißt, ich feiere Kommentare ab normal, müsst ihr wissen. Und deswegen nochmal großes Dank an die, die aktiv kommentieren. Und ja, ich bitte euch, macht so weiter, weil Kommentare sind mir extrem wichtig. Weil ich auch eure Meinung brauche, euer Feedback und auch eure Kritik, was ich noch verbessern könnte. Und ja, deswegen bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem, ich sag jetzt schon mal, lächerlichen Kriegsherren-Fight. Bis gleich. Oh nö, ich hab mich die ganze Zeit gemutet gehabt. Oh, während der Aufnahme, nice. Wie auch immer, Leute, da sind wir wieder bei einem Lebens-PVP. Das ist mein Kriegsherren-Fight. Go Swing. Also, ich hab mich jetzt krass gebladed. Sie hat zwei Schilder, die möchte ich gerne weghaben. Wie auch immer, ich schildere mich jetzt selbst nochmal. Och man, wie soll... Okay, ja, ich werde definitiv Beben oder Erschüttern machen. Beben, Erschüttern, dann spare ich Pips, mache Meduse und Filber und dann was das? Okay, gut. Hört sich schon mal gut an. Äh, ach. Keine Meinung nach. Okay, vom Kling her, sieht es gerade für mich gut aus. Sie hat keine Klingen. Mit Erdbeben kriege ich das alles weg. Von daher ist es gerade für mich einem sehr gut aus, um mich Bosi zu feiern. Eigentlich ist es der Lackneuer, der kommt hier, aber der ist gerade nicht was mit sich. NEIN! What the fuck? Nein! Hey, warte mal, sie hat keinen Mythos. Okay. Hm, wenn das so ist. Oh, da blöde ich mich neu. Oh, ist ja richtig leer. Okay. So, äh, was wollte ich sagen? Eigentlich ist er am Anfang noch in der Kampfjahr, aber der ist gerade auf K. Boah, Mann. Ich hatte mich am Anfang ja auch noch gemutet. Mann, ich hab mich so schön gebladet. Jetzt hab ich kein Mythosabweiser gezogen. Beziehungsweise gemacht. Okay, sie hat ne Babel gemacht. Was macht sie da? Egal, ich bläde mich neu. Das wäre mich weg. Ich brauch schüttern oder beben. Äh, ich bräuchte noch mal ne Lebensklingel-Goldkarte. Donnasaus wäre ich weg. Ich will vier, warte mal. Das waren, glaub ich, ne, ne, das waren vier verschiedene. Wieso, drum schützt, beemt sie mich. Sieht ihr nicht, dass ich ein Mythosabweiser bin? Egal, wenn ich mit vollem Pips erschüttern, Meduse mache, dann hat sie keine Chance mehr. Das heißt, ähm, das wäre ich weg. Ich geb ihr nochmal ne Abweiser. Ach, Mann, das hat alles versaut. Gehilfe. Warte, sie ist... Oh nein, doch nicht der. Oh, scheiße, ist gehilfe. Naja, egal, sie hat keine Pips. Grad bin ich gut unter... Grad kann ich sie besser kontrollieren. Ich hab grad mein Feuer-Set verworfen. Hab ich das gerade ernst gesagt? Ach, egal. Ja, wobei, der Elf ist doch sowieso da, von daher, wer guckt dazu? Ach, nur gegen ihn. Ja, Atom-Shield-Spam gegen den Erdbeben-Macher. Beziehungsweise erschütter. Erschütter, ja, mir Gott, liebe. Die wurde auf... Die wurde nahen auf drei verschiedenen Charakteren aufeinander gegen mich gematcht. Alles klar. Ach, das ist die, die immer beleidigt. Ja gut, das hat sie... Ähm... Festigen werfe ich weg. Ich muss jetzt Blade ziehen. Ich hatte gar keinen Bock. Ja, nice. Das Lustige ist, mein Beben killt auch noch den Gehilfen. Okay, nice. Ich hab Mythos-weise. Ich dürfte schon erschütternd ziehen. Das wäre ja nicht verboten, eigentlich. Naja, wobei, ich hab zwar... Ich bräuchte... Ich will wenigstens noch eine Klingel. Das wäre mir lieb. Die Käfen... Ja... Naja, ich bin mal weg. Danke für das Zugucken, Casper. Okay, sie macht die Lebensabweiser weg, meinetwegen. Och, Mann. Wieso hat sie Beben gemacht ohne Mythos-Amo? Ich mein... Das ist zwar nicht gut, so was drin zu haben, wenn man kein Mythos-Amo hat, aber... Das hat mich eigentlich schon zerstört. Äh... Ach, Mann. Das färbe ich mal weg. Zeltauer. Was wollte ich nochmal ziehen? Erschüttern. Ich mach einfach die Klinge. Oh, Mann. Hätte sie kein Beben gemacht. Aber warte mal, ich hab hier ein Mythos- und Lebensabweiser auf ihr gemacht. Die wird mich wahrscheinlich wieder als Abweiser aus Beben geleidigen. Obwohl ich nicht mal ein Feuerabweiser entdecke. Finde ich auch sehr attraktiv. Muss ich sagen. Hm, man kommt in der Mark endlich. Der Kampf kann doch ein bisschen länger dauern, als ich erwartet habe. Falls er zu lange dauert, muss ich ihn wohl auch... Muss ich ihn wohl ohne Commentary machen. Ich denke mal, 20 Minuten findet ihr okay. Ja, perfekt. Okay, die dritte Klinge reicht mir erstmal. Ich brauche jetzt Erschüttern. Ach, Beben. Äh... Beben hab ich grad nicht so lustig eigentlich. Ich brauche eher Erschüttern. Warte mal, Adorno brauche ich eigentlich auch nicht, wenn ich Medusel-Kombo mache. Wobei, ich glaube, Beben wäre mal nicht schlecht. Oh, jetzt wird. Oh, nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hab echt Angst, dass sie nochmal Beben macht, obwohl sie keinen Mythosabweiser hat. Oh nein, bitte nicht verpatzen. Komm, 55%, schau mich nicht gegen das Seil. Ja. Ich glaube, ich mach doch lieber Erdbeben. Sie hat grad sowieso keinen... Keine Abweiser auf ihr. Also ich denke mal, Erdbeben wäre etwas smarter. Um den Gehilfen auch weg zu... Los zu werden. Ja, doch. Äh... Ich muss aber trotzdem versuchen. Ich glaube nicht, dass ich... Ich mach Beben. Na. Na, nice. Sie macht noch ein Turmschild. Bitte 55. Jawohl, raste deine Goldkarten. Die kommen jetzt alle weg. Und wenn ich da Medusel machen kann... Oh, ich hab alle meine Stäbe verworfen, glaube ich. Naja, egal. Ich sollte lieber den Dornos Haus zur Not auf Hand behalten. Ich hab verpatzt, oder? Doch, doch nicht. Boah. Jetzt könnte ich eigentlich einen Free-Hit nehmen, aber... Ich bin mir nicht sicher. Aber sie wird wahrscheinlich sowieso wieder Turmschild machen oder Erdbeben. Deswegen... Okay, der Diff ist schon mal weg. Deswegen... Ich weiß nicht. Soll ich's machen? Warte mal. Ich könnte... Wie viele Pips hab' ich? Ah. Okay, ich muss eine Meduse ziehen. Bitte, Meduse. Oh, meine Güte. Ich muss die Hilfe verwerfen. Okay, egal. Ich mach jetzt ein Fehlbar und hoffe, dass ich Meduse ziehe danach. Was ist das für ein Fight gewesen? Ach, Leute. Tut mir leid, dass ich euch so einen lächerlichen Kampf abgeben musste. Was war das denn? Ist das hier? Sie hat nur, weil ich Erdbeben gemacht hab. Alles klar. Ich muss kurz in die Kompf schreiben, wen... K.H. Punkt, Punkt, Punkt. Richtig lächerlich. What the fuck? Leute, tut mir echt leid für den Kampf. Ich glaub, ich nehm dann nochmal einen auf, weil das war jetzt grad echt... Ich mein, what? What the fuck? Alles klar, ich hab einmal Erdbeben gemacht. Ich glaub, ihr tut PvP nicht so gut. Naja, egal. Ich glaub, ich meld mich nochmal an. Aber, richtig. Lächer, lächer. Und zwar, naja, ich bin nicht zufrieden mit diesem Fight, weil er eh geflohen ist. Ich hätte einen würdigeren Gegner gebraucht für meinen Kriegshirn-Fight und nicht so jemanden. Ist es überhaupt wert, der PvP-Kriegshirn-Abzeichen auszurüsten? Naja, wie auch immer ihr seht hier, Kriegshirn, 40 gewonnen, 15 verloren. PvP, PvP-Kriegshirn, ausrüsten, jeder Kampf gegen sie. Okay, PvP-Kriegshirn, der dritten Ereer ist Percy Leadewächter. Und, naja, das war's erstmal aus der Aufnahme, ich guck auf mich mal. Also ich werde auf jeden Fall Ranked weiter machen mit Leben, definitiv. Und dann werde ich, glaub ich, ich werde wahrscheinlich sogar den nächsten Kampf aufnehmen und die neu hoch, ja. Tut mir leid für die, das lächerliche Game. Ich glaub, als Entschuldigung, zeig ich euch nochmal mein Deck. Damit, dass mich so, was weiß ich, ich muss mal kurz den Charlie schreiben, bin. K.H. Gegen Pia, Alter. PvP-Kriegshirn, er ist mein zweiter Kriegshirn-Accord. Es sah ja aber auch eigentlich besser aus für mich, aber trotzdem. Wie auch immer, hier ist mein aktuelles Gear. Also, Kapuze des Espritz hab ich gefarmt. Das ist auch eigentlich viel besser, wenn ihr das habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall nehmen, das schadet auf jeden Fall nicht. Aber, ich hab mich entschieden, den Hut zu nehmen, aus dem Grund, dass ich hier diese Geisterklinge hab. Das heißt, ich kann bis zu fünf verschiedene Klingen aufbauen. Weiterhin bin ich gerade ein Pattern machen, äh, das hier. Hab ich jetzt nochmal neu überbrütet, das soll, das kann eigentlich nicht fehlen, ich hab jetzt genug überbrütet. Das hat dann auch nochmal die Lebensklinge, da hab ich sechs verschiedene Klingen, die ich machen kann. Was, ich würde aber trotzdem auch, äh, Spektralwaffen besser finden, dann kann ich noch bis zu acht verschiedene Klingen mehr machen. Naja, egal. Da hab ich einmal die SPED, das wird bald auch trainiert. Dann, Umhang des Espritz. Das ist... Wieder daaa... Hallo, ich nehm da drauf. Umhang des Espritz, das gibt Block, äh, dann, naja, wenn ihr das hier habt, könnt ihr das auch benutzen, aber, das würde ich nur benutzen, wenn ihr nicht, irgendwie, wenn ihr viel offensiver gehen wollt, und wenn euch 13 Block egal sind. Aber sonst ist das eigentlich auch nicht schlecht, diese Robe. Dann... Gibt es noch... Ja, okay, die Schuhe sind, die sind einfach nur aus Handen da gewesen, nehmt die bitte nicht, denn einfach, wenn ihr Stufe 66 seid, diese Schuhe. Wenn ihr unter Stufe 66 seid, dann nehmt die Wasserwegschuhe. Dann den Kriegsherrn-Stapier, den könnt ihr, den auf jeden Fall nehmen, wenn ihr nicht Kriegsherr seid, also hast dann des Eisernen Himmels, nein, den würde ich nicht nehmen. Wenn ihr nicht Kriegsherr seid, dann würde ich entweder den aus dem Terrors-Pack nehmen, oder wenn ihr keine Krone investieren wollt, dann würde ich einfach im Bazaar einen Stapier holen, damit hab ich auch angefangen. Und, ja, funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man eine Taktik hat. Dann, für die Haltsteigerung sehr wichtig, diesen Dolch. Musst ihr euch handwerken, der ist eigentlich sehr wichtig. Meistermüller des Mythos, wegen der Strategie auch. Dann noch diesen Ring, naja, den hab ich euch ja eigentlich schon mal alles gezeigt. Pet hab ich euch auch grad schon mal gezeigt. Dann, mein Deck hab ich, wie ihr seht, viel offensiver gemacht. Ich will aber nicht zu viele, ich will nicht meine Kernstrategie verraten, weil beim letzten Mal hab ich gemerkt, es haben zu viele das Video angeguckt. Und das haben auch mehr, es kannten erstaunlich viele meine Strategie, deswegen, ich will nicht zu viel verraten. Aber, wundert euch nicht über die Mythos-Upweiser, ich hatte nach einigen Kämpfen, die zwei Stunden gedauert haben. Nur weil ich immer Erdbeen bekommen hatte, die Schnauze voll und hab ein paar Mythos-Upweiser reingetan. Naja, und bei meinem offensiveren Deck brauche ich eigentlich nicht so viele Feenwächter, tue ich den einen raus. Also ich spiele momentan mit fast gar keinen mehr. Deswegen, ich denke, sogar einer oder zwei dürften reichen. So, was kann ich stattdessen reintun? Theoretisch doch ein Abweiser oder irgendeine Klinge, damit ich schneller an Klingen ziehe. Das ist eigentlich ganz euch überlassen. Ich glaube, ich tue den wieder kurz rein, damit ich das später nochmal genauer angucken kann. So, hier mein Deck, Medose-Strategie hatte ich ja nicht vor. Naja, wie gesagt, ich will nicht zu viel von meiner Strategie verraten, aber ihr könnt das Deck ruhig übernehmen. Naja, ich hoffe, euch hat diese lächerliche Fight gefallen und das sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!